Was wird für Sie und Ihre Partei in der kommenden Wahlperiode das zentrale Thema im Bereich der Sozialpolitik sein? In Bezug auf die Sozialpolitik sehen wir zunehmend, dass Personen mit kleinen Einkommen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt haben. Dazu gehören in der Vergangenheit schon immer die Alleinerziehenden, aber auch die Rentnerinnen und Rentner. Die GBG ist für uns sozialpolitisch der passende Partner mit ihren 20.000 Wohnungen in Mannheim. Wir wissen aber auch, dass selbst die GBG Schwierigkeiten hat, günstigen, modernen Wohnraum anbieten zu können, wenn neu gebaut wird. Deshalb muss man auch hier verstärkt darauf achten, dass die Schwierigkeiten, die dabei vorhanden sind, zukünftig kommunalpolitisch gelöst werden. Das sind baurechtliche und energierechtliche Fragen, die einen Zielkonflikt mit dem Interesse des preisgünstigen Wohnens verbindet. Diesen Zielkonflikt muss man auflösen, unseres Erachtens, zugunsten der Menschen. Und vor allem, geh wählen, denn deine Stimme zählt.